Herzlich willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, wir haben im letzten Spiel gegen Tottenham gespielt. Ein glückliches 0-0 würde ich mal sagen, aber auch nicht ein ganz unverdientes 0-0. Tottenham hatte schon die besseren Chancen, aber auch wir haben gut dagegen gehalten. Oh, Polen. Liebe Polen, vielen, vielen Dank. Aber nein, danke. Oh. Würde ich gerne über mein Gehalt reden. Ich bringe so viel... Du hast du nicht erst abgelehnt? Dass ich eigentlich mehr verdienen sollte. Es wäre nett, wenn sie sich mit mir und meinem Agenten treffen könnten und über meinen Vertrag diskutieren könnten. Hat er nicht das eine mal abgelehnt, der Pisser? War das nicht so? Oh, Hult. Achso, da können wir nichts mehr machen. Der wird leider seine drei Karriere beenden. So. Delegieren. Warte, was verdient der? 2800. Warum will der 10 verdienen? Ist ja doof. Wir starten bei 3,5. Und maximal kriegt er weiß ich nicht 7. Oh. So, alles klärchen. Dann haben wir jetzt Heidenheim. Die sind 16. Wir müssen aber wechseln. Wir brauchen nämlich im Rückspiel gegen Tottenham wirklich alles, was geht. Das ist ein Triboil. Da ist er. So, Kirk. Fangen wir wen? Bernie, mein Freund. Wo ist er? Bernie. Da ist er. Oh, Bernie. So. Nehmen wir Weidat noch mit. Wir nehmen Öchschen noch mit. Und wir nehmen mal Früchtl. Früchtl mit. So. Entschuldigung. So, gehen wir rein, oder? Auf geht's. Gegen Heidenheim. Wir brauchen Punkte, Freunde. Wir brauchen Punkte. Wichtig. Damit wir uns da um irgendwie halten können. Überall blicken wir hier in angespannte Gesichter. Überall sehen wir die Vorfreude, die Erwartungen vor diesem Duell. Und die sind wahrlich enorm. Bleiben Sie dran. Wir zeigen es Ihnen live. Willkommen hier in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel im Regen. Durch das Spiel begleiten Sie, wie gewohnt, Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen 1. FC Heidenheim. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Ja, sehr dribbelt stark. Macht das richtig gut. Hereingabe. Sie können nicht klären. Sie sind weiterhin mit Regen. Das ist. Da haben Sie den Platz auf dem Flügel. Wo hat er denn die Killerglitscher hergeholt? Ecke kommt rein. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts bei rum. Ganz klar, das haben Sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Und damit stehen sich hier der beste und der schlechteste Sturm gegenüber. Ich hätte ja nichts gegen ein spannendes Spiel. Auf dem Papier scheint das aber eher eine klare Angelegenheit zu werden. Jetzt ist der Platz da. Den sollte er gar nicht anspielen, sondern Kirky. Meine Herren, du. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Ja, hey. Ja. Was? Spire. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier... Tschüssi. Er stand gut und feift Freistoß wegen Handspiel. Da erobert er den Ball. Beide wollen natürlich diesen Ball. Busch. Und damit sind sie am Ball. Kann er was draus machen. Volles Risiko. Klasse gemacht. Stark geblockt. Wir nähern uns an. Und ich glaube, alle hatten ja schon den Torschrei auf den Lippen. Ah, da ist der Ball weg. Macht er gut. Da ist die Flanke ins Zentrum. Mann. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Andreas Geipel. Es ist zum Heulen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tim Gladys. Ich dachte ganz kurz, ich könnte fummeln. Ich dachte ganz kurz, ich könnte fummeln. Das kann aber nicht wahr sein, Alter. Die kommen zweimal vor unser Tor und machen zweimal eigentlich ein Tor. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Konstantin Kerschbaumer. Weg ist der Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sie holen sich hier den Ball. Jetzt wollen Sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Wird das jetzt gefährlich? Da zeigt er, dass ein echter Rührer ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Und alles richtig gemacht. Gibt Sittenapplaus. Und so wird das nix. Den Helder-Torwart natürlich. Jawoll. Ist das. Green. Schönes Ding. Tolles Tor. Kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Frucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu reparieren. Das kannst du nicht machen. Bop. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Oh Mann. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Zieler ist ein Monster. Ein absolutes Monster. Ecke kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus. Ganz stark. Jetzt können Sie kontern. Immer noch diese Szene. Kerk. Gute Aktion. Oh. Habe ich jetzt Bayer abgeballert oder das? Da fangen Sie den Pass ab. Jetzt vielleicht die Flanke. Kann er was draus machen? Cool. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wir müssen noch was machen. Wir müssen da aber unbedingt noch was machen. Und jetzt geht es hier weiter. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten Sie auch mal einen Zug zum Tor. Ne, toll im Timing gehen Sie da dazwischen. Da ist die Fahrt abseits. Da müssen Sie sich im 16er mehr bewegen. Das ist zu statisch. Sie machen es der Abwehr zu einfach. Das sind so Chancen, da musst du mehr draus machen. Gute Aktion. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Chancen zur Flanke jetzt. Meiner. Ne, der Ball ist weg. Es gibt Ausfluss. Was? Den hätte er nicht gehabt, Alter. Schreiber Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg getrönt. Holt. Er holt den Ball hier ganz stark. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Green. Tribull. Abgefiffen, das war abseits. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Szene geht weiter nach diesem Block. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch. Oh. Klasse Technik. Ja, guter Pass. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Warum kriegt er den da nicht rüber? Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Green. Die Gelegenheit, um zu flanken. Ballverlust. Er war noch dran, gibt Ecke. Bei der Ecke wird die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubelt. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt die Ecke. Und der Schuss geht genau auf den Soros. Verdammt, Axt. Er geht dazwischen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Gelegenheit für die Flanke. Alles so ungenau hier, Mann. So. Machen wir mal weiter. Der trifft bestimmt. Wir machen mal... Adeyemi. Der ist ja noch fresh. Ja. ...sicht den Ball besitzt. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte Gelb geben. Giri zeigt im Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Freistoß wird ausgeführt. Herr Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Sieg treffer. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Das kann doch nicht sein, Bu. Wo wollte er denn hinschießen? Tribull. Ball ist unterwegs. Noch ist die Chance da. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Pushy, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter einen Sonderlob verdient. Ganz starkes Zähne. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Oh. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Den Ball kann er abfangen. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Torhüter kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Jetzt sind es nur noch fünf Minuten in der regulären Spielzeit. Aber hier ist nach wie vor nichts entschieden. Oh. Mann, warum denn den schon wieder? Gute Balleroberung hier. Oh. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Boah. Da kommt der Schlusspfiff am Ende. Wo bleibt es also bei diesem Remis? Immerhin Punkt. Auch wenn es zu wenig war, aber wie gesagt, man darf ja nicht vergessen. Wir spielen da so ein bisschen mit der mit der zweiten Garde. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ich hatte heute einen Sieg erwartet. Enges Spiel, Leute. Haben Sie Leistung insgesamt gesehen? Wir hätten gewinnen müssen. Warum war heute nicht mehr drin? Die Jungs haben alles gegeben. Das war's auch schon. Vielen Dank. Jawohl. Was? Es freut mich, dass Sie meine... Mach dich wieder an die Arbeit, Junge. So, gut. Jetzt haben wir Tottenham im Rückspiel. Ja, gut. Das waren jetzt zwei verschenkte Punkte, würde ich sagen. Ich bin mir fast sicher, hätten wir mit unserer Stammelf gespielt, hätten wir das Spiel gewonnen. Aber wir müssen sie halt schon. Wir müssen die so ein bisschen hin und her switchen, denn zwischen Champions League und Liga sind halt nicht so lange Pausen. Okay, Freunde. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Ich hoffe, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.